Moin Leute, das Ründchen ist gestern im Stream mit Kutscha entstanden. Das Early Game war, sagen wir interessant, generell der ganze Spielverlauf eher außergewöhnlich. Das trifft es ganz gut. Ich hoffe, ihr enjoyed es. Viel Spaß. Aha. Ja, ja, ja. Oh, hier ist schade. Die hat das doch gerochen. Kutscha, du musst dich duschen gehen. Nee, du musst mal duschen. Ja, pff. Oh, jetzt geht das wieder los, Leute. Können wir? Ja, können wir nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube jetzt zwei lieber. Können wir? Ja, ja, go. Fein, ich habe gleich Q. Oh, shit, dass die Zeit trifft. Oh mein Gott, das ist doch heute echt nicht wahr, Mann. Ah, was ist denn heute los? Ha, bitch. Komm her. Ja, ich lebe. Hast du noch was? What? Das ist, das ist, das ist einfach, da muss, das ist das sehnte Weltwunder, was diese Hitbox angeht. Das kannst du doch keinem erzählen, was das für eine Hitbox ist. Ich lebe. Das hat nicht getroffen, hat mich jetzt aber überrascht. Oh no. Ähm, ja. Ja. Da wurde ich dann doch relativ hard outplayed. Jih, mach es. Jih, mach mich jetzt stolz. Jih, Jih, du verlierst jetzt nicht grad eins gegen eins gegen Silvia. Jih. Jih. Doch, er will. Jih. Oh Gott, Alter. Das ist ganz schwierig. Hallo. Gehen wir da rein, Kutscher? Ich glaube, die haben eine Niederleben im Nacken. Bait immer. Ja, schöner Bait. Go, go, go. Go, go, go. Ich habe hier. Komme. Hast du noch was? Hast du noch was? Ja. Oh. Eine Spernerfresse habe ich. Ah. Spiel ich noch, spiel ich noch. Nee. Oh. Nein, viel zu gut für dieses Spiel. Oh, der Slow. Hol ich mir auch noch. Oh, bitte. Ich bin der beste Spieler. Schon wieder zu einfach hier, Mann. Guck mal, jetzt macht der hier auch mal Wombinein. Jawohl, Jih. Genau. Ja. Nee. Doch nicht. Schade. Aber der kommt noch. Der kommt noch. Ja, der hier. Das ist der klassische 0-3-into-FF-Power-Spike. Ja, lass mich mal hier auf drei Items kommen. Dann Wombinein ich das game, aber sowas von weg. Wie gesagt, Winning-Team haben wir auch. Verstehe ich jetzt nicht. 2-11 steht, Jungle-Mitte-Top. Endlich mal ein gutes Team hier. Oh, der heißt das gleich rein. Ja, ja, ja. Mach mal, mach mal. Ah, shit. Lass mir doch nicht erzählen, dass Rackang-Saya keinen Spaß macht, mein Junge. Übel Spaß. Komm mal. Ich komm mich schon mal. Lass da Akko gehen. Ah, shit. Ah, shit. Kuscher, du bist es einfach. Ja, ich meine, die haben wir schon einen Pinkwater. Meinst du, wir können den noch machen, den Nash, oder? Lass doch mal reinheizen. Ich hab irgendwie Ulti gleich. Wirklich? Ja, lass mal jetzt flappen. Dann werden wir gleich Warden gehen. Und sprich auf die Niederleer, die jetzt den Barrel anfängt. Komm, wir ficken die jetzt einfach. Nee, nee, nee. Müssen wir jetzt schlau spielen. Die hören auf. Wollen nur den Nash abwerden, ne? Schlau ist so meine Devise, ne? Pass mal auf, die wollen uns jetzt hier irgendwie ganken. Aber nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir haben Nash abgebrochen, die Pisser. Oh, Botlane. Scheiße. Der Typ lebt. Das ist das, was zählt. Überraucht er denn? Ja, 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 ja. Wie kommen die denn alle her? Aua. Das hat in der Tat wehgetan. Ja. Nee, 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 nee. Der hat eigentlich alles getroffen, was er hätte treffen können. Wohlang die den Nash nicht haben, ist da noch alles offen. Also auch unsere zwei Indips, die sind auch offen. Aber der erst von Jace ist auch offen. E. Schön. Ganz stark. Ja, ja, da komme ich. Da komme ich. Das Bait. Bait, bait. Je bait. Jo. Das war zu früh. Aha, Bruder. Das soll man nicht machen. Nee, 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 nee. Da müssen wir jetzt. Nee. Oh, mein Sohn. So funktioniert das doch nicht. Wir machen jetzt den Baron übrigens, ne? Jo. Ich glaube, der ist auch vielleicht weg, oder? Wie, dass wir noch nicht backgehen hier? Nee, nee. Hier, 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 hier. Jace, Jace. Nee, das ist zu anstrengend. Die konnte er nicht abbrechen. Das war unmöglich. Oh, jetzt geht der Jida rein. Ja. Schön. Ja, 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 ja. Hat er, hat er. Ja, sehr gut. Hier auch nochmal rein, hier. Sauber, Kutscher. Schade. Willkommen. Ja, gut, dann leid nicht. Ja, sorry. Der Kennen. Ich hatte nur Augen für den Kennen gehabt. So. Oh. Da kommt der Flink. Erster ist gedankt worden. Eins. Ja, ja. Zwei. Das ist sicher. Hast du das gesehen? Hast du den Rechtsklick gesehen? Mach's noch einen. Der flasht. Wie du das prediktet hast, Kutscher. Das ist... Ich bin halt so, äh... Legendär. Ha! Bin tot. Nee, bin ich nicht. Natürlich bin ich nicht tot. Ja. Jetzt bin ich doch tot. Oh, das spielen wir. Ja, ja, ja. Natürlich spielen wir das. Scheiße, er hat er gedodged. Jetzt kommt der Yi. Jetzt kommt der Yi. Ja, ja. Nee. Kannst du da raus noch? Nee. Scheiße. Ah, meine ehesten sind leider nicht. Oh, Jayce. Das ist ein bisschen tief. Tief ist das Stichwort. Jayce! Ah, Outplayed. Guck mal, Yi geht rein. Ja. Hat er, hat er, hat er. Safe, hat er safe. Jawohl. Weiß ich nicht, was die jetzt hier vorhaben. Also, haben die nicht auf dem Bildschirm geguckt, dass da Nico Linke im Gegner-Team steht? Ach, keine Ahnung, du. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Alter, das ist doch eine gute Idee, war Sola. Vor allem, ja. Wie hat mich das gerade getroffen? Oh, die Piste ist einfach. Natürlich bin ich's. Und der Xero ist es gar nicht. Oh, schwierig. Mal hier. Bin da. Yi geht rein. Ich hab noch Flash-Ulti. Wollen wir? Ja. Ich kann nicht followen, ich kann nicht followen. Ist fein, ist fein, ist fein. Na, gut. Ey, ich hab schon lange nicht mehr so ein hochqualitatives Spiel, die wir auf Letters mit dir genießen dürfen, Kutscher. Ist halt extrem geile Scheiße, die sich hier abspielt. Guck mal, guck mal, guck mal. Du hast mir, glaub, voll den Engage versaut. Aber ich bin einfach krass so, weißt du? Nee, 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 das war ein Bait. Wir haben den Poke hier auf unserer Seite, Leute. Hier, auf dem Flank, das ist ja 1000. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast Ult, ne? Können wir den übernehmen hier? Weiß nicht. Weiß nicht, Botlane haben wir eventuell einen Supermini in unserer Nase, so. Oder Xero ist vielleicht tot. Jawohl, ganz stark, ganz stark. Ich komm da nicht ran, falls du zu mir kommst. Ja. Ich kann doch mal auf dich jumpen gleich. Komm, komm, komm. Weißt du, da hat sich leider die Xerofe-E gekauft. Das war's komplett, oder? Wahrscheinlich, ja. Nein, du bist es. Da kommt noch ein Antwurz, aber der hat nichts. Könnte auch sein, dass unsere Base... Die Base, die Base. Die lebt, das ist gar kein Problem, persönlich. Äh, ja, aber... Der Rest ist so ein bisschen... Guck mal, guck mal, guck mal, pass mal auf. Du bist einfach... Also, du bist ja wirklich ein schöner Dude, Alter. Du bist einfach nur ein hübscher Bengel. Ja, die Base, so, die Base. Das ist Solar. Das ist Sola. Das ist Solala-Gameplay. Mann. Gut schon, wir gewinnen dieses Scheiß trotzdem nicht. Doch. Mann. Was soll ich machen? Ob er da jetzt den Drake pullen muss? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ja, muss er. Ist der richtige Call. Absolut. Ja, weh. Ja, perfekt. Ja, 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 ja. Genau. Guck mal, guck mal, guck mal. Das läuft doch. Das läuft doch. Butter. Das ist gewonnen, das Game. Das ist doch. Was ist das für ein Gameplay? Erzähl mir das. Nihalé, was machst du da? Den hat er? Den hat er safe. Großartig. Lass doch einfach das Game noch so lange raus, bis du 50 Kills hast. Dann hast du einen super YouTube-Thun, ey. VTF, 50 Kills im Ranked? Keine Ahnung, wo steht denn die Scheiße? 32% Lifestyle. Mit More habe ich dann einfach 42% Lifestyle. Ich habe jetzt auch gleich wieder Flash. Die können eigentlich. Also wenn ich nicht gewoneshotted werde, dann können die mich gar nicht töten im Fight eigentlich. Ja, wir können halt nicht Mitte durch. Das bringt überhaupt nichts. Wenn wir an dem Turret stehen, dann kommt Velcro, drückt eine Tasse, Minions sind weg, sieben wir auch. Also wir können eigentlich nicht siegen. Wir gewinnen nur, wenn die uns engagen. Lass mal hier, wir müssen fighten jetzt gegen den Eldern hier oben. Ja, ja, ja. X-Half muss auch kommen. Werden jetzt von hier kommen gleich. Ja. Willst du kommen? Ja. Komm mal nicht ran, ne? Ich bin's. Komm nicht ran. Egal, wir haben gewonnen. Den X-Hirad-Stift haben wir nicht gewonnen. Oh shit. Kannst du Base? Ich gehe Base. Ich habe ein Déjà-vu-Sola. Aua. Könnte er jetzt nicht helfen. Äh, enten. Ich habe daher keinen Flash mehr. Ich hätte nicht flashen sollen. Hätten aber einfach nicht beide zurückgehen sollen. Ich bin nicht zurückgegangen. Nein. Jace hätte da bleiben sollen oder ich. Einer von beiden hätte nur mit zurückgehen müssen. Hm. Komm mal nicht ran an den Pisser. Sehr zu viel Range. Ich glaube, wir werden gleich gebackt dort. Oh, ich habe ein Problem. Habt euch. Oh. Wie denn jetzt ein bisschen lost kann das sein? Ja, die Yie auch. Damit der Pusht rein. Ich bin gerade am Fighten. Wir wollen uns nicht mehr töten. Ich bin am liebsten einfach auf K-Gegen, damit der Yie verliert. Können wir beenden, oder? Halt. Ich habe doch, wir gewinnen hatten auch. Hier, hier. Die meinte, es war Jungle Difference. Oh, mein Gott.